wir haben da teilweise so geile sachen jetzt wieder vorsichtig sein hier sind wahrscheinlich wir sind hier wieder wahrscheinlich eigentlich youtube videos angucke dann sehen die ganzen youtuber wenn wir sie zocken ständig irgendwelche leute unter den tannen und ich sehe die nie sieht sauber aus gut hier wird keiner liegen denke ich weiß sie sieht so keiner was meistens liegen sie so an die büschen oder weiter unter an die tannen oder auch da rechts da wo die zwei einzelnen stehen da die zwei stück da die zwei tannen da unten da die eine da und dann rechts die zwei da wo auch schon stehen ok wollen wir dann hier einmal durch looten ja wollen wir uns aufteilen oder bleiben wir alle zusammen ja warte ich schaue hier noch mal alles ab gerade ok mein bild wurde auf einmal gedauert ich glaube das liegt am licht ja ob jetzt noch mal was bei der farbig wenn der hell wieder graue ja vielleicht moment taucht in der nachricht unten links auf meinst damit spielt komplett voll ich hab mich voll erschreckt ok ok vamos vamonos oh Oh! Da ist er Es sind mehrere drin Ja, aber das dumme ist, auf die Distanz sieht man sie nie Ich weiß, dass vorne bei deinem Püschen ist im Eisner Doch Okay, dann sichert mal unten die Umgebung ein bisschen ab und ich gehe rein Ich danke Bescheid, wenn ich was nützliches finde Oh, Spieler Was, wo? Ja? Wo? Ich weiß, was im Augenblick Winkel laufen sehen, aber Wie ich geguckt habe, war es weg Das fällt dann da Ich hätte gerade was gesehen Vielleicht war das Es läuft nicht genau hier vorbei Dein, dein, dein Punkt von der Maus Oh, ich hab mich verguckt Aber ich hab mich verguckt Dann könnte ich etwas gesehen Okay, ich gehe dann rein Okay, hier liegen rausgeworfene Items Das Greenit nehme ich an Okay Bedingt Munition für ACP Neun Millimeter ach du heilige taktische weste mit munition drinnen welche farbe rosenöffner noch ein ich stecke einfach alles ein in das hunting backpack mit die hunting backpack obwohl scheiße auch im gründet hunting 40er magazin aber lehr 1 60er noch damit zufrieden wenn ich ein rest raus haben wenn ich eins finde nehme ich es ihr mit noch mal 40 schuss um ein 40er nicht ich nehme die alle 40er magazin ein also ich brauche nicht okay das ist bei munition habe sie dir mitgenommen also die die kugel kannst raustun ich habe massig viel sks munition ich habe eine amphibia gefunden unten liegt munition die nehme ich mir mit zombies killen ist egal weil die amphibia auch silenced zombies im radius von 50 bis 100 metern anlockt also ein bisschen nonsens und ich brauche noch ein magazin für die amphibia und ich bin durch probier du gehst diesmal rein ich gebe deckung ja ja hier haben welche gefreutete mit ruinierte ttsko plans oder es ist gerade hier im gras liegt ein rucksack oder ist das eine ganze leiche hm ein schwarzes t shirt ist hier gehört ja versteckte leiche sein hab dich im blick hier liegt es hier ist einfach nur ein rucksack kann nicht mehr drauf zugreifen doch alles ruiniert wenn du mir kommst kann ich dir auch noch einen dosenöffner geben das ist ein syring kit dann nimm mit aber es ist ja gut badly damaged so lange es nicht ruiniert ist ist doch alles bestens kommst du zu mir bist du auch da außer schock kommuniziert alles leer ich krieg dir einen dosenöffner raus stiefel höhen kannst du haben stiefel höhen das war's okay doch nicht erschrecken ich öffne meine munition oh wer ist hier ist einer vorbei glaubt hey man don't move don't move wo außen vom vom ATC don't move man stop or we should don't move stop man i don't wanna hurt you wer läuft denn dahin okay nach da unten getroffen getroffen wenn eine gerade linie mal läuft hier er blutet auf die uns gehört geschossen ja deckung 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 wo keine ahnung ich glaub vom immerhin geht in Richtung hangars ich läd den gerne vom sniper hill ich hab nur von einem schuss vorbeipfeifen gehört ja ich auch ein mosigen schuss aus der ferne ja alles was neil denke ich komisch ich hab vorhin eigentlich immer da alles abgesucht ja jetzt kann ja jetzt jemand neu gekommen sein na gut stimmt wo sei der hin ich dachte da ja wow auf mich wow wow warte ich bin hinter den hangars also kann es nicht sein wir sind beide steinmauer von wo wir sind rechts von dir rechts 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 auf dich will ja ja da hinter den hangars hinter den hangars war es hat mich einer getroffen die schüsse kamen aus westen gleich mal da hinten ja Richtung krasnustaf da ist sowas denke mal an der großen lagerhalle da irgendwo äh warte warte erstmal schnell hast du dich getroffen? ja jetzt schau ich mal also ich blute auch nicht oder so weil mein mein weste ah alle sind 1911 im arsch ach komm ey gut jetzt hab ich keine nahkampfwaffe mehr ja kannst meine amphibien notfalls haben wenn du sobald du ein magazin befindest eine weste pass auf mein rucksack hat er nicht getroffen also müsste er in dem wald wo die thunder sind könnte er vielleicht liegen ich hab genau Richtung krasnustaf geschaut ja sowas habe ich jetzt auch vermutet als ich die schüsse gehört habe ok ok was machen wir jetzt? wir können die nicht bleiben hat einer von euch gerade geschossen? nein nein hier schüsse wo seid ihr jetzt? im zweiten hangar bin ich schon ich bin ganz hinten bei den militärgebäuden ach und du schatz? im zweiten hangar im zweiten hangar schon im zweiten hangar schon oh aber da hat mich einer mega getroffen von wo? krasnustaf nur wieder ein vier schüsse oh ja schüsse auch und mosin oh ah die bekriegen sich gegenseitig wa? ne von da hinten kam er da hinten auf den wald komm her komm her komm her komm her komm her oh ja stimmt 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 aus welchem wald da hinten krasnustaf oder? die flucht für den polizeigebäude da weiße der schluss hat gesessen oh alles ruiniert alles fuck fortkern hat es noch überlebt geil hast du irgendwo hoch? die tannen da hinten oder? meinst? schatz wenn du es von den hangars zum polizeigebäude läuft wo wir jetzt sind die richtung sind im westen ach ihr seid das einzelne polizeigebäude da hinten oder? ja ja ach du scheiße und da soll ich jetzt hinlaufen nein am besten nicht meinst du hinten die hangars hinten lang ja das ist scheiße ist jetzt toll warum ihr nix sagt wirklich die was sagen haben wir doch die ganze zeit schon gesagt ich hab getrunken und dann sag ich wo seid ihr ja egal ich lauf jetzt zickzack doch scheißegal hier hin zu den macht eh keinen sinn wir haben die nicht im blick und die wissen wo wir sind also ich bin für rückzug ja was wohin zurück richtung jacqueline ok vielleicht auf den anderen sniper berg mal gehen dann könnt ihr vielleicht mal gucken ungefähr hier das ist denn da hinten im wald das weiß ich bloß wie weit einen hab ich glaube ich in krasnustaf gesehen wo boah fuck 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 links rein links rein links rein woah scheiße lebt ihr noch ja ich lebe noch bin im ersten ich glaube jetzt mal in den ersten hangar rein ich bin im zweiten hangar oder ne im dritten bin ich drin na da wir kommen hangar bitte verbinde mich ja ich bin selber getroffen man aber ich blute nicht ich aber warte ich verbinde dich jetzt deck mal ich geb deckung ich geb deckung ja ja bin nicht scheiß ich darf jetzt einfach zickzack wählen raus ok oh mein rucksack erwischt ja mein auch ja mein auch so hoffe natürlich kein verband ich bin gut laufen wir jetzt hinter richtung wo wir vorhin waren auf den sniper berg weil sonst wir werden uns jetzt bestimmt umgehen sonst zickzack so bissl denn mit der mosien hast du wirklich kaum ja ich bin mir auch ziemlich sicher dass ich da unten einen vor Beresino habe liegen sehen aber ich hatte ja keinen scope und ich wollte ihn nicht genau erkennen bei Grasnustorf meinst du oder? mein ich doch ja aber es waren mehrere liegt wieder im rucksack einer unten bei Beresino einer war äh im westen im wald was? bei Beresino? Grasnustorf? im westen im wald westen du sagst die ganze Beresino mir ist scheißegal im westen sage ich jetzt meine Fesse im westen und wenn das jetzt hier der titty fucker see ist was weiß ich ey lust mir das mal zu merken wie Städte heißen war alles ruinerd war alles ruinerd sind dicker scheiß deck ist jemand oben auf dem ATC? mhm nein ich kann nur so aus was ist denn? was ist denn? kleine ja will ich mal kurz gucken bitte ein morgertin war im arsch mein ganze immuni box ist wieder im urined ja meine auch und ich hab absolut kein medizinisches supply mehr alles wurde kaputt gemacht ja ich seh ihn echt? wie weit ist denn das bis zu dem prison bis zu dem hinteren von hier ungefähr? 500 meter 500? ach der ist der schon? liegt hier von euch ja da liegt der mosienschütze ach der liegt der da? also hinterm prison in dem wald liegt er an der tanne ok da hinten? ja wie viel sind das ungefähr? boah 600 meter schon ja? ich weiß nicht ich kann das mal ausmessen mach mal mal gucken wo wir Pi mal Daumen liegen ähm wir sind etwa hier dann 800 meter schon 800? ja wenn ich mich jetzt nicht vertue 900 was soll ich machen? soll ich mal versuchen beobachte ihn lieber er schaut die ganze zeit runter zum hangar ok dann weiß er vermutlich nicht dass wir uns geflüchtet sind er hat den jetzt voll drin? versuch's ja jetzt haut er ab ok hast du vielleicht was zu klingeln für mich? 900? 800 ja 800 was weit ist das? du bist am prison hinter der tanne genau hinterm prison also sie laufen jetzt nach rechts sie laufen den sniper berg hoch laufen die jetzt zu uns? zu uns? die wissen nicht dass wir hier sind aber sie werden hier hoch laufen ja ähm also wir müssen vielleicht können wir uns weiter hinten im wald verschanzen äh ich hab dir was hingelegt achso scheiße wer von euch ist denn jetzt hier? steck es erstmal wieder ein jacqueline steck es erstmal wieder ein machen wir dann gleich pack hier jetzt noch meine munition zusammen die ist halt nicht mehr warte mal halt hier am besten die ganze zeit im blick wichtiger ah ja ja er läuft ich seh'n läuft er am zaun entlang wir müssen vielleicht mal die andere seite schauen nicht dass da der m4 schütze kommt jetzt hat er sich hinterm busch versteckt dass er mich jetzt gesehen hat ach da unten läuft der ander gut der ander läuft jetzt äh ins ding rein warte nein nein der läuft hier unten gleich vorbei an die zäune ah da hinten seh' ich den der ander hat sich da hinten im busch verpflanzt jetzt schauts mal noch nach links nicht dass da irgendwo der m4 schütze kommt ist er schon nicht klar? mein lag ist painful da kommt uns hier grad direkt entgegen jetzt schauts jetzt hör mal auf wer auch immer nachlädt hör aufhören oder splitten probi hör auf ja ok ich würd sagen wir knallen den ab und dann verziehen wir uns hinten in den wald ähm pass auf ich achte auf den mosin schützen ok wir gehen aber nicht alleine abschießen ah ne der kommt jetzt hier durch die loch wenn wir ihn erstmal noch näher kommen ich seh' noch gar nicht er ist direkt hier vor uns 100m vielleicht läuft da hinten auf der Straße lang läuft jetzt wieder weg ok ich hab ihn im Visier ach verdammt jetzt bewegt er sich er hat sich gerade eingekniet ich seh' ihn nicht er ist da unten beim Gebüsch da wo ähm der Eingang im Zaun ist da ist sie ich find die mosin schützen nicht mehr wir müssen schützen nicht mehr wir müssen schützen nicht mehr x Ist der jetzt hinter uns irgendetwas? Sieht es am besten immer an, wenn sich jemand von euch auf die Idee kommt, sich zu bewegen. Hören wir ihn, wenn jemand herkommt. Was siehst du noch, David? Der ist da unten im Gebüsch. Ich sehe gar nichts. Wie gesagt, er ist unten im Gebüsch, man kann ihn nicht sehen, Tobi. Im Gebüsch, da wo der Eingang ist. Ah, ich sehe den Mosin-Schützen, okay? Okay. Also, ich behalte den Mosin-Schützen im Auge, gell? Ja. Tobi, siehst du diesen Telefonmast vor uns? Ja. Also, so knapp 100 Meter vor uns. Darf ich mal schießen? Ich glaube, ich habe mir jetzt ein Visier. Da im Gebüsch, dann links daneben ist er. Ja, schieß. Warte, jetzt läuft er weiter, der guckt immer. Der läuft jetzt langsam in unsere Richtung. Wo ist denn wir? Unten an die Tannen. Läuft er hin. Scheiße, jetzt dann war's das. Wie Meter sind denn das runter zu den Tannen? 600? Da hinten zu den Tannen? Ja, die rechts von uns da. Siehst du, da läuft er gerade. Ach, scheiße. Jacqueline, ich habe keinen Long Range. Ich kann ihn nicht sehen. Ich kann ihn ein bisschen sehen, ich habe mich aber geguckt. Bin nicht getroffen. Und er hat's auch nicht gehört. Jetzt los. Sind das die drei Tannen oder was? Da unten ist so ein Feldweg, der so umher geht. Kleinen Buschhock da drin. Da unten, wo diese kleine Hütte ist. Schieß mal ins Gebüsch, wo der andere Spieler ist. Vielleicht kriege ich ihn so rausgelockt. Ja, siehst du, er läuft wieder zurück. Ich schieße, Achtung. Ja, ich habe ihn rausgelockt. Unten läuft er. Hab ihn, glaube ich, erwischt, oder? Ne. Ich glaube, ich habe seine Beine gebrochen. Ich weiß halt nicht, wie weit es ist. Leider habe ich sie keinen. Den Telefonmasten habe ich sie... Tobi, 20 Meter hinterm Strommast, da liegt er. Gut, der Mosienschütze ist in diesem Haus da unten drin. Okay, gut. Dieses kleine, was das auch immer ist da. Das Dächter... Ich verstehe es nicht. Tobi, egal, dann halt einfach die Umgebung im Auge und dann passt das. Ach, du meinst diesen Telefonmasten oben mit diesen zwei Streben, oder? Natürlich. Oh man, ich schaue links auf diese Masten, also auf die zwei. Nein. Hast du den jetzt eigentlich erwischt? Ich glaube schon. Ich habe einfach ins Gebüsch geballert, dann ist er losgelaufen, habe ich ihn, glaube ich, einmal getroffen und jetzt ist er umgekippt und liegt dort. Ja, weil der Mosienschütze... Am Zahn in der Nähe ist? Am Zahn in der Nähe ist? Ja, ja. Man sieht aber nur einen kleinen Punkt, seinen Rucksack da kurz rauslinsen. Kann man einer schnell zum Haus schauen? Ich muss nachladen. Dieses kleine, was rechts von uns ist, diese... eine Hütte da... Ich kann nicht so weit gucken. Hast du so weit, kann ich auch nicht gucken. Ja, aber nur wenn da einer rauskommt, zieht er das nicht auf mich hier. Das sehe ich niemals. Ich sehe das nicht, ich sehe das nicht. Weit. Erstsatz, Schuss. Von wo? Ja, die schießen einfach um uns. Gut, lauf mal, oder? Ja, umrunden wir den jetzt. Wer schießt denn auf uns? Kommt aber von links irgendwie. Ja. Ja, auch von hinten von den kleinen Häuschen, das stimmt schon. Vielleicht hat er uns jetzt gesehen. Vielleicht hat er jetzt, genau wo ich nachgeladen habe, ist er rausgelaufen. Und David, du weißt, wo der eben viel dazu liegt, oder? Ja. Liegt da unten beim Zaun. Thomas, ich glaube genau da ist man im Visier vom... Ja, der schießt da von uns. Ja! Das ist das Ding. Ja, das ist das Ding. Ja, das ist das Ding. Ich glaube, dass wir uns da sind. Ja. Okay, das ist der Wind bei mir. Boah, richtig Orkan hier gerade. Ich würde da unten echt gerne die Leiche lupen. Wo ist das hier schon wieder? Ich bin hier am Waldrand, da oben. Wo seid denn ihr? Ihr wart da unten schon wieder. Wir wollen hier umrummen. Wir treffen uns hier beim Hochstand. Gebt hier ja nur einen. Oben oder unten? Oben, am Berg. Aber ich weiß nicht, wo für dich oben ist. Der Berg geht hier halt noch weiter oben. Wir sind hier am Waldrand beim Sniperhild. Ach so, da oben. Ja, da war ich doch auch. Komm zum Jagdstand. Oder zur Scheune. Beides ist okay. Muss halt auffassen, weil ich habe keine Nahkampfwaffe mehr. Mach mich. Ah da, die Scheune. Okay, ich sehe die Scheune. Oder Jagdstand. Mir ist egal, was so ich lieber ist. Jagdstand. Watt. Watt. Watt schauen, dass ihr den ungefähr im Blick habt. Hier, ich bin am Jagdstand. Da, okay. Auf geht's. Wann bei der Scheune irgendwie... Wollen wir uns jetzt zurück oder kämpfen wir die? Schatz, am besten ist, du bleibst hier oben und schaust, wo der Typ noch dort ist. Flüchten oder kämpfen? Nein, am Hämpfen. Okay. Den muss ich schützen, wenn er noch da ist, rum rum und weg. Okay, Jacqueline komm mal zu mir. Ich hoffe der... Oh, jetzt bin ich hier reingelaufen, hier. Beim Tobi. Okay, Jacqueline komm mal links zu mir. Hinter dir. Hinter dir, da. Ah, da, ja. Von hier aus... Von hier aus hast du die Hütte da perfekt im Blick. Okay. Flashbau oben aber noch drin ist. Das glaube ich nicht mehr. Ich glaube der ist wahrscheinlich schon in der Zeit rausgelaufen, wo ich ähm... Funktionen gesplittert hab, weil... 1 Uhr ist Server-Neustart. Ja. Ich mach mal meine Sachen weg und ich lauf da unten zur Leiche. Okay. Schatz siehst du ihn? Ne, ich seh ihn leider nicht. Ein bisschen. Wüsste ich's wenigstens einen Schocker mitnehmen, falls er noch wach ist? Dann lauf ich. Oder boxt nun. Tada. Der hat uns hier von hinten auch gerundet, weißt du. Da bist du ein bisschen da wieder da. Da bist du ein bisschen da wieder da. Da hat er sich verpisst. Raus, als wäre die Leiche hier weg. Geht doch, da liegt er. Okay, wie heißt er? Jack Pulse, unknown identity. Ah, der hört sich so. Content. Horst, hast du dich grad bewegt? Ne, unten im... Ne, neben dir. Ich bin unten beim Levy im Busch. Was? Wann wieder zurückgerannt. Nichts looten? Ich hab alles mitgenommen, was ich hatte. Achso. Ich glaub, dass ich die Sachen lügen gelassen habe. Aber ich sag's ja, ich hab ja grad bei mir Schritt gehört. Aber ich seh dich, oder? Ah, ich seh dich schon, passt schon. Dumm ist, ich glaub ich muss nämlich nur ein- und ausloggen, weil die Sachen unsichtbar sind. Ich hab schon wieder Schritt neben mir rechts gehört. Bei dir seh ich aber keinen. Schon wieder. Nein, ich mach dir nicht mehr so nagisch. Ja. Schatz. Ich schau bei dir rum, da seh ich keinen einzigen. Siehst du auch auf die andere Seite? Aber Tobi, kannst du mich lotsen? Ich weiß grad nicht, wohin. Und du bist wahrscheinlich zu weit hochgelaufen, zu steil. Du musst weiter nach links. Ah, ich bin bei Jacqueline. Wo muss ich dann hin? Ah, da. Ähm, da. Seid ihr jetzt wieder hinter mir? Lock mich kurz aus und dann wieder ein. So, schaut nach links, dann siehst du uns. Hier sehen wir. Am Busch. Bin schon da. Vielleicht seh mich denn lieber dir. Hinter mir, oder wie? Schaut den Rang runter. Hier, am Busch, hier. Ich seh euch nicht. Alter. Ach da, ja gut, ja ja. Ach da, ja gut, ja ja. Bleibt doch einfach dort. Ich seh, ich mach schon. Wir müssen jetzt alle nicht auf Einflex sitzen. Decke jetzt mal kurz die Sachen ab, dann bedienst du dich jetzt auch nochmal, nimmst dir alles, was du haben möchtest. Dann schnappen wir uns die Sachen und dann laufen wir weg. Ja. Ich weiß nicht, ob der das da unten ist. Keine Ahnung. Das wird mir jetzt irgendwie ein bisschen zu doof gerade. Ah. Wer hat dir gerade das Geräusch gemacht? Das war ich. So, Tobi, hier, M4. Boah, ganz inventiv. Da ist alles voll. Bedient euch. Schnappt euch, was ihr haben wollt. Hat der eine Weste an? Boah. Bestimmt, oder? M-M-Mosenschuss und eh, nee. Na, das nehm ich auch mit. Hab ich doch gerne gemacht. Dankeschön, Dankeschön. Dein Fürschuss ist wichtig. So, ich sag nicht suchen, einfach nur durchklicken, einstecken und später... Ja, ich mach ich doch, mach ich doch. Gut. Warte, warte, ich nehm den Grey Hoodie. Wenn der nicht im Arsch ist. Habt ihr. Nee, der ist nicht im Arsch. Hab ich schon wieder mein Oberteil im Arsch ist, oder? Ja. So, hier ist weiter. Jo, auf geht. Hammer. Dauert sonst wieder zu lange.